Leute, nächster Part Sonic, der Hedgehog der jetzt mit der dritten Map White Acropolis und ja, wir spielen jetzt einfach mal und gucken, was uns erwartet mal schauen Sieht schon mal richtig geil aus eigentlich, gell? Ist wahrscheinlich in der Antarktis oder so irgendwo am Nordpol oder Südpol denke ich mal auf jeden Fall haben die Schneesturm Nordpol ist nicht offen, verdammt okay Alter, die Map gefällt mir ist voll geil gemacht WTF Keine Ahnung, wie du bist, ey Ich bin einfach hier lang geraten Boom Also die Map ist geil, gell? Super, das ist auch nicht schul Wuhu Yeah Ich renne jetzt ne Runde Wuhu Ist geil Nein Fuck Hier ist ein Abgrund Das können wir uns schon mal merken Hier, ja, hier Wollen wir noch ein Ding? Oh, ich kann schweben Die Map ist wirklich geil, gell? Wie musst du lenken können? Sonst hast du verkackt Ja Aber Die Map ist wirklich geil, ohne Witz Also, nochmal für den vor Ich bin immer links, ich bin Sonic Daniel ist rechts Er ist Shadow Muss ich jeden Part sagen Ich weiß Ich kann hier hoch, guck mal Hä? Wie müssen wir den kaputt machen? Ich glaube, ich kann Klitsch, guck mal Haha Yeah Ach da musst du hoch Boah Oh man, sie leckt Das ist nur so Zack, zack, zack Das leckt voll Warum leckt dieses Schröp-Game? Ich bin hier Nein, ich hab' dich mitgeschockt, Scheiße Das ist schlimm, nicht schlimm Das Teil macht immer noch Schaden Jetzt nicht mehr Denk dran, immer die Scheinwerfer erst kaputt zu machen Das kommen nämlich immer mächtige Gegner Ja, wenn ich bis zum nächsten Mal Ja, wenn ich bis zum nächsten Mal Ja 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 wo ich bin kein Plan wo aber einfach mal zocken aber ich finde die Map ist wirklich ziemlich geil das ist ungegangen WTF hier wartet mich jetzt erstmal eine Überraschung Alter wo bist du? du bist hier durchgegangen das ist aber nicht einfach ich hab's gesehen ich hab keine Münze ey lass mir welche übrig aber wie ich mir die einfach mal alle gerippt hab gell nicht gerade so sozial Scheiße wow wir dürfen nicht gesehen werden oh wir sind nicht gesehen worden ja egal ah Raketen warte, geh hoch ok egal lass abzüchten dann hab ich bin auch durchgekommen Alter diese oh die gehen mir erst auf die Eier diese Penner warte ich versuche so schnell hoch zu gehen ich flipp die jetzt alle weg BÄM ich bin durchgekriegt was ich kann hatte warte guck mal das ist geil guck mal was macht guck mal was ich guck mal was ich das kann ich das zack 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 wir können beide wir können beide was geil zu machen ich habe 20 Ringen gefunden ich habe einen anderen Weg verdammt ich komme nicht hoch ich komme nicht mehr hoch Hilfe ich komme nicht mehr hoch ich hänge jetzt hier du musst das Level alleine machen kommst da hoch nein, guck doch du musst einmal springen das schaffst du irgendwie man kommt da wieder hoch ich bin da auch rausgekommen jetzt du bist so lange gewandt wenn ich mal fragen darf bist du hier lang? ja glaub ich auch äh, wo da muss ich? hu raubattet Allergies ich stehe oben auf den Land röch' auch ins Gesicht n wo bist du? keine Ahnung um weil sie sich nicht kommen sollen also jetzt ist die Frage wo? als fast war das war ja auch voll viele Bastardos so ich versuche das schnell hier, das ist kaputt zu bekommen ich hätte mich hier weiter ich würde mich nicht schicken, ich würde es kaputt machen ich würde diesen Scheinwerfer zerstören ich würde mich krassier dabei sein ok, der ist kaputt 47 Ringe aaaaaaah dann müsste er sterben aua ernsthaft, oder muss ich hier? hä? oder an? das ist peinlich irgendwie auch gerade nicht hier ah ja, Glitch doch ist klar ganz shit, das scheiß Ding Glitch wir sind bei sieben Minuten, alter wir schaffen das doch immer in einer Folge, oder? wenn wir uns ranhalten die Roboter sind cool aber ich hau lieber ab ciao wo auch immer du rumeierst keiner kein Problem ich bin einfach irgendwo lang ich war auf einmal hinter so einem Zaun ich glaube ich habe einen Glitch gemacht ich habe aber so eine Idee und wow, das ist geil wow, what the fuck hey man oh man 60 Ringe der springt da vorbei was ein Dixer das ist von der Bullshit Dixer alter, was ist mit dem los? was ist mit diesem Dixer los? ich komme da nicht drauf egal was ich mache wo? hier auf diese rote Starre haha, echt jetzt? ja ah, jetzt komm ich raus ich hab's geschafft es war sehr schwer ich hab keinmal ich glaube ich hab ein bisschen geklitcht ich hab was übersprungen wow was ich nachholen muss ah, jetzt bin ich auch hier über diesen roten Linien hier ist Ziel ich warte noch auf dich ja, wenn ich erstmal bis der Bulli lang ok, von hier bin ich mitgekommen do ich rein? oder willst du weitermachen? nein, nein, ich mach noch ich gucke, ob ich es noch schaffe ist egal, ist eh nur zum Spaß ich liebe Shell einfach seine Fähigkeiten ja, ich auch ich mache aber Sonne ein bisschen mehr hast ja gesehen, mit dem fühle ich einfach besser geh einfach weiter ich weiß, wo lang du musst warte, geh zurück da jetzt musst du links da hoch, glaube ich irgendwie musst du da hochkommen nein das war nicht so ganz schön aber da rüber musst du auf jeden Fall ja, da oben lang musst du jetzt musst du springen genau du bist gleich da links, äh rechts ja man muss da oben auf dieses Teil muss da unten rein auf so eine Sprungfeder nur das zu meinem Problem was ist das für eine Scheiße? keine Ahnung ich bin hier runtergefallen ok, egal mach ich einfach Selbstmord nicht so eine schlaue Idee, ja bist du also, äh das ist mir eher nicht so gut ich kann mich hier durchglitschen ja ich muss Selbstmord begehen ja wirklich einfach Selbstmord, genau das ist die Lösung für alles so löst man seine Probleme wirklich wo soll hier jetzt ein Fehler sein? ich muss weiter ja ja, ihr was warum gehst du da runter? keine Ahnung ich wusste nicht, dass man da springen soll egal, 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 egal jetzt weiß ich es ja dass man hier springen soll wo soll hier jetzt ein Sprungfeder sein? nein da unten ist ein Loch gern mal in das Loch naja, bin doch weg kein Gegner felsen das hier ja, und jetzt musst du irgendwie auf dieses Teil kommen was nicht so wirklich einfach sein soll fuck das stimmt das habe ich auch erst nach ein paar Versuchen hinbekommen und das glaube ich auch nur aufs Glück nein du darfst da nicht runterfallen, dann kannst du alles neu machen geil das meinte soll einfach reingehen da hast du jetzt schon zweimal das ist doch scheißegal, wer reingeht ich versuch's komm sag, warst du besser? ja ich hab's hinbekommen ja, nach ein paar Mal irgendwann das ist total schwer drück einfach mal überhaupt nichts vielleicht geht's dann okay oh, das war ja wirklich nicht so gut das war eher fail ach, ich lass mich jetzt stehen ich finde diese Bohrmaschinen sind hammerhart, Alter ja, die waren echt die sind wirklich krass das ist total schwer hier jetzt hast du es geschafft nein nein alter fuck soll denn der scheiß darf hey, was ist das für eine scheiße noch dreimal dann geh ich rein, eins weil sonst ziehen wir es nur unnötig in die Länge und es ist langweilte Zuschauer, glaub ich haben so wenigstens was zu gucken ja irgendwie musst du doch da hinkommen das geht nicht, der will einfach nicht dieser Hässling siehst du doch brauche ich mal probieren ja vielleicht schaffe ich es irgendwie gut ja, smart geil, klar wie ich es gemacht habe frag mich nicht ich hab einfach nur irgendwas gemacht hey, das ist gut Zeit nimmt dann rein na hu yes yes wir sind nur 13 Minuten kurz als eben das war's dann mit dem Park mal wieder bis dann bis zum nächsten Mal